Musik 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 Wir sind sehr herzlich und humorvoll. Wir sind sehr ambitioniert und motiviert und motivieren uns auch immer wieder selber, wenn es mal Eskalationen gibt. Das, würde ich sagen, zeichnet uns aus. Es gibt nicht die eine Techie-Rolle hier, sondern ich kann die so formen, die ist so flexibel, die Rolle, wie sie zu mir passt. Ich kann hier super eigenständig arbeiten, das macht mir total viel Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass ich so meine eigenen Ideen hier echt gut einbringen kann und dass die auch umgesetzt werden. Cool, wir haben da viel Spaß, wir wurden sogar mal als WG bezeichnet, aber gleichzeitig ist halt die Expertise und das Know-how sehr hoch und ich kann von allem da sehr viel lernen. Musik Musik Also ich glaube, was uns wirklich erfolgreich macht, ist, dass wir nicht so viele Einzelgänger, Einzeltypen haben, sondern dass wir alle an einem Strang ziehen, dass man jeden fragen kann, dass die Tür immer offen steht, dass wir aber auch wissen, wie man Spaß haben kann zusammen und das verbindet uns und das ist einfach so eine Gemeinschaft, die zueinander hält und füreinander da ist. Und jeder Erfolg eines Einzelnen auch gleichzeitig der Erfolg eines Teams ist. Es hat damals angefangen mit einer kleinen Familie, jetzt wachsen wir und sind eine große Familie. Musik Guide.com ist für mich so ein Wohlfühlarbeitgeber, weil es ganz stark auf die individuellen Bedürfnisse eingeht und wir einfach einen außergewöhnlichen Teamspirit haben. Auf der anderen Seite ist Guide.com für mich ein great place to work aufgrund der Offenheit und der Flexibilität. Den Erfolg macht das Team. Ich glaube, das ist auch unsere große Stärke, dass man eben hoffentlich gerne zur Arbeit kommt und dann eben hier sich auch verwirklichen kann, sich einbringen kann. Man kann etwas bewegen und das macht halt den Leuten Spaß, die leidenschaftlich was auch wirklich erreichen wollen. Und genau die stellen wir ja auch ein und insofern bedingt sich das einander. Wir stellen die Leute ein, die was erreichen wollen und wir bieten ihnen die Möglichkeit, hier etwas zu erreichen. Gut die lockere Atmosphäre auch, dass dieses, dass du, dass man einfach persönlich sehr gut klarkommt, hierarchieübergreifend und das einfach alle zusammenhalten. Man fühlt sich hier, egal wer man lässt, man fühlt sich immer perfekt aufgehoben. Ja, ich glaube halt, dass Guide.com ein theoretisches Leben lang begleiten kann, weil es sich halt flexibel auf die eigenen Bedürfnisse auch anpasst. Sie sollten fröhlich sein, gerne lachen und Spaß haben. Sie sollten aber auch den Erfolg wollen und ja, sie sollten diesen ganz besonderen Spirit, den wir hier haben, zu schätzen wissen. Also, nette Menschen, die Spaß haben wir uns zu arbeiten und die ein bisschen was, ja klar, auf dem Kasten haben, um auch ein bisschen was zu reißen, wenn wir an den Kunden denken. Musik 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 Musik